Yo Leute, was geht? Und jetzt willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen neuen Solo Car Duplication Glitch zeigen. Und ja, mit diesem Solo Car Duplication Glitch könnt ihr euch auf jeden Fall im Minutentakt die Autos duplizieren. Einziger Nachteil daran ist auf jeden Fall, dass ihr ein iFood Kennzeichen benötigt. Das ist wirklich ganz wichtig. Und verkauft bitte kein Auto ohne iFood Kennzeichen, weil sonst werdet ihr sofort ins Cheater Level kommen. Kann ich euch wirklich nicht empfehlen. Und ja, ebenso braucht ihr auf jeden Fall dann eine Basis, eine Avenger. In der Avenger braucht ihr dann ein Fahrzeuglager. Ebenso braucht ihr dann halt noch einen kostenlosen Allergy oder halt so viele kostenlose Allergies, wie ihr halt duplizieren wollt. Ansonsten könnt ihr euch auch einfach Autos benutzen, die ihr auch nicht mehr benötigt. Und ja, dann braucht ihr auf jeden Fall noch einen Winnie Easy, komplett aufgetunt. Denn der gibt dann im Verkauf bis zu 1,8 Millionen. Und ja, wenn ihr dann soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Steigt einfach in den Allergy ein, drückt dann steuerkreuz nach links, dann werdet ihr in die Avenger geladen. Dort angekommen müssen wir nichts anderes machen, außer aus dem Fahrzeug auszusteigen. Die Avenger dann einfach verlassen. So, wir begeben uns jetzt einfach zu diesem Auto hin, was wir duplizieren wollen. Wie gesagt, macht es am besten mit einem Easy Classic, der gibt bis zu 1,8 Millionen. Wir steigen einfach dann in das Auto ein. Wir drücken steuerkreuz nach rechts. Und ändern einfach jetzt irgendwas an dem Fahrzeug, irgendwas günstiges ändern. Aus dem Fahrzeug wieder aussteigen. Und dann werdet ihr hinten sehen, dass ihr schon die erste Kopie dort stehen habt. Ja, um diese Kopie dann jetzt einfach abzuspeichern, steigen wir in das Auto ein. Und verlassen die Basis einmal. Draußen angekommen. Einfach mit dem Auto wieder in die Basis reinfahren. Und schon habt ihr das erste Auto abgespeichert. So, dann werden wir uns jetzt eben mal schnell noch eine zweite Kopie erstellen. Dafür steigen wir dann in den nächsten Allergy ein. Drücken dann wieder steuerkreuz nach links. Dann werden wir dann in die Avenger geladen. Dort einfach aus dem Allergy aussteigen. Und die Avenger wieder verlassen. So, wir begeben uns jetzt wieder zu diesem Auto, was wir uns dann duplizieren wollen. Steigen in den Easy ein. Drücken dann wieder steuerkreuz nach rechts. Dann ändern wir wieder irgendwas günstiges an dem Fahrzeug. Es ist eher dann meistens die Bremsen. Fahrzeug wieder verlassen. Und ihr werdet sehen, dass ihr die zweite Kopie da stehen habt. Um diese Kopie dann wieder abzuspeichern. Einfach ins Auto einsteigen. Dann die Basis verlassen. Und wieder in die Basis reinfahren. Und schon habt ihr die zweite Kopie abgespeichert. Und ja, so könnt ihr euch jetzt permanent Autos duplizieren. Nutzt den Glitch auf jeden Fall aus, solange er noch geht. Weil ich gehe immer nicht davon aus, dass er allzu schwer lange gehen wird. Und ja, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.